Herzlich Willkommen in die Ausstellung Das Licht des Glaubens. Eine besondere Ausstellung. Der Garten von Gestimane. Momente der Schwäche und der Angst. Oedipus des Gestimanes. Stigmes Adenamias Geboten. Tempel, die Natura, als der Kröste Tempel des Schöpfas. Naos, die Füße, als der größte Naos, als der Diagnose. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020